Ich habe in den letzten Tagen und Wochen einige Videos zum Thema Buchhaltung veröffentlicht. Und rund um das ganze Thema Buchhaltung gibt es immer eine entscheidende Frage. Und zwar die Frage, muss ich eine Einnahmenüberschussrechnung machen oder aber eine Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung. Wie sich das genau verhält und wann du genau bilanzierungspflichtig bist und wann nicht, das beantworten wir in diesem Video. Grundsätzlich heißt Bilanzierungspflicht im Gesetz die Buchführungspflicht. Und die findet man im Handelsgesetzbuch. Und zwar in § 238 HGB. Und da schauen wir einmal rein. Da steht nämlich in Absatz 1. Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen. Das heißt, nach § 38 muss jeder Kaufmann Bücher führen. Das bedeutet Buchhaltung machen. Und diese Buchhaltung besteht laut HGB aus einer Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung und gegebenenfalls Anhängen. Aber davon gibt es tatsächlich Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind geregelt in § 241 HGB. Und auch da schauen wir natürlich einmal rein. Der Paragraf heißt Befreiung von der Pflicht zur Buchführung und Erstellung eines Inventars. Da steht, Einzelkaufleute, die an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren nicht mehr als jeweils 600.000 € Umsatzerlöse und jeweils 60.000 € Jahresüberschuss aufweisen, brauchen die nach § 238, den kennen wir schon, bis § 241 nicht anzuwenden. Das heißt, dass Einzelkaufleute, also Soloselbstständige, keine Buchhaltung nach § 238 HGB erstellen müssen, wenn sie in zwei Jahren nacheinander unter 600.000 € Umsatz und unter 60.000 € Gewinn im Jahr liegen. Das heißt, wenn eine dieser Grenzen überschritten worden ist, dann müssen Einzelkaufleute ganz normal Buchhaltung nach § 238 HGB machen. An dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis. Freiberufler gelten gar nicht als Kaufleute nach dem HGB. Das heißt, Freiberufler sind sowieso von der Buchhaltungspflicht ausgenommen. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, Freiberufler müssen überhaupt gar keine Buchhaltung nach dem HGB machen. Und Gewerbetreibende, das sind ja unter Umständen Kaufleute, müssen erst eine Buchhaltung machen, sobald über 60.000 € Gewinn oder 600.000 € Jahresumsatz liegen. Doch bevor du dir jetzt ein Champagner aufmachst und feierst, dass du keine Buchhaltung machen musst, stellt sich ja die Frage, was machen wir denn die ganze Zeit, wenn wir gar nicht buchhaltungspflichtig sind? Und die Antwort, was du genau machst, die steht im Einkommensteuergesetz und zwar in § 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz. Und natürlich schauen wir auch da einmal rein. Steuerpflichtige, die nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen. Genau das sind wir ja als Freiberufler oder als kleine Gewerbetreibende und die auch keine Bücher führen und keine Abschlüsse machen, also die es auch tatsächlich nicht tun, können als Gewinn den Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ansetzen. Das Ganze klingt schon ziemlich verdächtig. Gewinn, Überschuss der Betriebseinnahmen über Betriebsausgaben. Der eine oder andere denkt sich jetzt, das klingt wie eine Einnahmenüberschussrechnung. Da geht es ja um den Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben und genau das ist da geregelt. § 4 Absatz 3 regelt die Einnahmenüberschussrechnung. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist eine Einnahmenüberschussrechnung gar keine Buchhaltung, weil die Buchhaltung ist im Handelsgesetz geregelt und hier im Einkommensteuergesetz steht, wenn ich keine Buchhaltung machen muss, dann muss ich halt den Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ausrechnen. Das sorgt in der Praxis dann halt dafür, dass ich doch irgendwie Buchhaltung machen muss. Aber halt nicht die aufwändige Buchhaltung mit Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhängen, sondern ich muss, wenn ich nach § 238 HGB nicht verpflichtet bin, Buchhaltung zu machen, einfach nur eine Anlage EUR erstellen. Das Ganze waren jetzt ehrlicherweise ziemlich viele Paragrafen und vielleicht auch ein bisschen verwirrend. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man einmal die Grundlagen versteht, denn in diesem Zusammenhang entstehen wahnsinnig viele Mythen, Irrtümer und Verwirrung und irgendwie fühlt man sich ganz schnell verloren. Es gibt nämlich so ein paar Dinge, die ich damit einfach mal klären wollte. Und zwar erstens liest man manchmal, dass man als Freiberufler keine Buchhaltung machen muss. Ja, es stimmt in gewisser Weise schon, weil die Buchhaltung, also die Buchhaltungspflicht, das ist tatsächlich die Bilanzierung. Und als Freiberufler oder kleiner Gewerbetreibender musst du tatsächlich keine Buchhaltung machen. Aber du musst halt eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen, was in der Praxis auch Buchhaltung genannt wird. Und ganz häufig gibt es auch Verwirrungen rund um den Begriff Kleinunternehmer. Kleine Unternehmer, also kleine Gewerbetreibende unter 60.000 € Gewinn und 600.000 € Umsatz, die müssen nicht bilanzieren, sondern die können auch eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Die Kleinunternehmerregelung hat damit aber tatsächlich gar nichts zu tun. Da gibt es noch ganz andere Grenzen und zwar 22.000 € Umsatz im Vorjahr und 50.000 € im laufenden Jahr. Da geht es aber nicht um die Buchhaltung, also die Art der Buchhaltung. Da geht es nur um die Umsatzsteuer. Deswegen verwechsel bitte nicht die Kleinunternehmerregelung und kleine Unternehmen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe und es gibt im Internet wahrscheinlich keine zwei Begriffe, die häufiger durcheinander geworfen werden, als Kleingewerbetreibender, sprich unter 60.000 € und 600.000 € und Kleinunternehmen nach der Kleinunternehmerregelung nach § 19 Umsatzsteuergesetz. Kleingewerbe und Kleinunternehmen sind zwei unterschiedliche Dinge. Das geht auch raus an alle SEO-Texte da draußen, die das alles einfach in einen Topf werfen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und natürlich sind Kleinunternehmen, wenn sie denn gewerblich sind, meistens auch Kleingewerbetreibende. Das sind aber tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. Damit haben wir einmal relativ ausführlich geklärt, wer jetzt eigentlich eine Bilanz erstellen muss und wer eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen muss. Doch wie läuft das Ganze eigentlich in der Praxis ab? In der Praxis hast du damit nämlich in der Regel relativ selten zu tun. Ja, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Buchhaltung, aber das Finanzamt teilt dir in der Regel immer mit, wie du deine Buchhaltung zu erledigen hast. Als Freiberufler machst du halt immer eine Einnahmenüberschussrechnung und als Gewerbetreibender ist es zunächst einmal wichtig, was du bei der steuerlichen Registrierung angegeben hast. Du musst bei der Anmeldung beim Finanzamt ja den sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Und da schreibst du deine zu erwartenden Gewinne und Umsätze rein. Und abhängig davon kannst du dann halt die Einnahmenüberschussrechnung machen oder eine Bilanz. Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass du als Gewerbetreibender gegründet hast und du bist davon ausgegangen, dass du beispielsweise 100.000 € Umsatz machst und 50.000 € Gewinn. Das heißt, du bist unter den Grenzen. Und dann fängst du an deine Selbstständigkeit zu machen, machst deine Buchhaltung als Einnahmenüberschussrechnung, und dann bist du irgendwann über den Grenzen. Meistens ist die Gewinngrenze, also die 60.000 € die Grenze, die man als erstes überschreitet. Und du machst ganz normal deine Buchhaltung als Einnahmenüberschussrechnung, gibst deine Steuererklärungen ab usw. Und irgendwann sieht das Finanzamt, der Kollege ist jetzt ja über der Grenze. Und dann bekommst du irgendwann einen Brief vom Finanzamt und in diesem Brief steht dann drin, dass du ab jetzt bitte eine Bilanz erstellen sollst. Das heißt, du musst diese Grenzen ehrlicherweise auch selbst gar nicht im Blick haben. Das Finanzamt teilt es dir einfach mit, sobald du bilanzierungspflichtig wirst. Auch hier gibt es manchmal unterschiedliche Bezeichnungen. Das heißt, in dem Brief vom Finanzamt steht unter Umständen gar nicht Bilanzierung. Da steht vielleicht doppelte Buchhaltung. Doppelte Buchhaltung und Bilanzierung ist das Gleiche. Oder Betriebsvermögensvergleich. Das ist das Wort, was das Finanzamt ehrlicherweise am liebsten benutzt. Das heißt, wenn du in einem Brief vom Finanzamt die Wörter doppelte Buchhaltung, Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz oder Betriebsvermögensvergleich lesen kannst, dann weißt du, jetzt ist es soweit und ab jetzt musst du eine Bilanz erstellen. Zum Abschluss dieses Videos noch ein kleiner Hinweis auf andere Rechtsformen. Das heißt, wenn du eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft hast, fragst du dich jetzt vielleicht auch, wie du deine Buchhaltung erledigen solltest. Und diese Frage ist in den meisten Fällen ziemlich schnell beantwortet. Als Kapitalgesellschaft, also als UG, GmbH oder AG und als Personengesellschaft, also OHG oder KG, musst du immer eine Bilanz erstellen. Das heißt, da musst du immer die aufwendige Buchhaltung machen. Nur als GbR, also Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, hast du tatsächlich unter Umständen die Wahl und hast unter Umständen die Möglichkeit auch eine Einnahmeüberschussrechnung zu erstellen. Ich hoffe, mit diesem Video habe ich dich nicht zu sehr verwirrt. Meiner Meinung nach ist es wichtig, diese Grenzen und diese Zusammenhänge auch zu verstehen, um einfach zu wissen, was auf einen zukommen kann. Wenn du Hilfe bei Buchhaltung, Steuern und bei all diesen Themen brauchst, dann kannst du das Ganze natürlich auch einfach an einen Steuerberater abgeben. Meine Empfehlungen für Steuerberater und auch Buchhaltungsprogramme findest du einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, oder du findest sie, wenn du einmal hier klickst, oder du schaust dir erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an. Da gibt es einiges Spannendes zu entdecken, z.B. hier oder hier.